Das Rentensystem steht vor dem Zusammenbruch. Die fetten Jahre sind vorbei. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, unser Arbeitgeberpräsident des BDA, Herr Rainer Dulger, ist ja bekannt für seine wirklich markigen Worte. Und schon wieder sagt er, die gesetzliche Rente, das Rentensystem steht vor dem Zusammenbruch. Ich zeige Ihnen das mal, wo das hier steht. Und zwar wurde das im Merkur Online heute um 4 Uhr frühs veröffentlicht. Ich würde das mal ein bisschen größer machen, dass Sie das mal sehen, was der Herr Dulger hier sozusagen wieder vom Besten gegeben hat. Der Herr Dulger sieht dringenden Handlungsbedarf der Politik bei der Altersvorsorge. Damit sie bezahlbar bleibt, müsse das Renteneintrittsalter dynamisiert werden. Das ist also sozusagen die Wunderwaffe des Herrn Dulger, damit die gesetzliche Rente nicht kollabiert, dass sie also nicht vor dem Zusammenbruch steht. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nicht sagen, ob die gesetzliche Rente vor dem Zusammenbruch steht. Ich kann Ihnen aber nur sagen, dass Herr Dulger nicht das erste Mal solche Mutmaßungen rausgehauen hat, sondern dass es eine Reihe von solchen Worten, Wortmeldungen des Herrn Dulger gibt, die sich unter anderem auch in ähnlicher Form, also nicht in ähnlicher Form, aber dann in der Konsequenz, nämlich der Anhebung des Renteneintrittsalters mit 70 zum Beispiel hier von Herrn Raffelhüschchen irgendwie decken. Also, der Herr Dulger sagt, die fetten Jahre sind vorbei, die wirtschaftliche Lage ist auch nicht rosig, da gebe ich Herrn Dulger recht. Also aktuell sieht es nicht besonders gut in der allgemeinen Wirtschaftslage in Deutschland aus. Und er befürwortet eine sogenannte große Sozialreform, ja, also die große Sozialreform hier, das ist der Herr Dulger. Und ich sage auch, dass der Herr Dulger insoweit recht hat, dass die Ausgaben für die gesetzlichen Rentenversicherung immer mehr werden. Ja, wir werden also in einigen Jahren ein Drittel, ein Viertel, ein Drittel des gesamten Staatshaushaltes nur noch für die gesetzliche Rente ausgeben. Aber, meine Damen und Herren, das Rezept, was Herr Dulger uns hier auf den Weg legt oder auf den Tisch legt, nämlich, dass wir das Renteneintrittsalter nach oben verschieben und damit die gesetzliche Rente retten, ist ein Märchen. Es ist letztlich auch lächerlich, was Herr Dulger da fordert. Herr Dulger, wenn Sie aufmerksam in den letzten Tagen vor dem 24.10. die Rentenperipherie mal ein bisschen beobachtet haben, da gab es eine hochinteressante Umfrage. Die Umfrage lautete, wie lange wollen Sie eigentlich noch arbeiten? Die richtete sich an Beschäftigte in Deutschland. 2.500 Befragte haben eine Antwort gegeben. 66 Prozent der Befragten sagen, nicht einen Tag länger als mit 63 oder bis 63. Lebensjahr, wenn sogar noch früher. Und das, meine Damen und Herren, hat ja Ursachen. Also es gibt Ursachen dafür, warum die Leute nicht bis 67 oder bis 65 oder noch länger arbeiten wollen. Das hat Ursachen. Und die Ursachen dafür liegen unter anderem auch in einer völligen Überlastung der Menschen, die heute auf Arbeit sind. Gerade die älteren Leute haben große Schwierigkeiten, noch Schritt zu halten in der sich ständig verändernden Arbeitswelt. Der Druck wird immer größer, mangelnde Arbeitskräfte, die Arbeitsaufgaben werden immer mehr und die Leute haben irgendwann mal die Schnauze voll. Muss man einfach mal so sagen. Die haben den Kanal voll. Und dann kommen vielleicht auch Arbeitgeber, die dann die Leute noch letzten Endes drangsalieren. Ja, Herr Drüger, ich weiß nicht, ob Sie auch so ein Arbeitgeber sind. Ich hoffe es nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall eins. Ihre Forderung nach der Verlängerung und Ausweitung des Renteneintrittsalters, das zu dynamisieren, führt doch letzten Endes nur dazu, dass wir massenhaft Altersarmut bekommen, weil die Leute immer höhere Rentenabschläge in Kauf nehmen müssen, wenn sie mit 63 in Rente gehen wollen. Und nach aktueller Rechtslage ist ja diese Variante mit der Altersrente für langjährig Versicherte gar nicht in der Diskussion. Diese Rente können Sie frühestmöglich unter der Voraussetzung, dass Sie a. des 63. Lebensjahres vollendet haben und b. 35 Jahre Wartezeit haben, ohne Probleme mit 63 in Anspruch nehmen. Dann aber mit entsprechenden Abschlägen. Die Geburtsjahrgänge ab 1964 werden 14,4% Abschläge in Kauf nehmen. Wenn ich dann bis 70 hochgehe oder bis 75 hochgehe, das dynamisiere, dann werden die Abschläge gigantisch. Also Herr Drüger, ja, wir brauchen eine Rentenreform. Wir brauchen eine Jahrhundertreform der Rente, aber nicht so, wie Sie das wollen, sondern so, wie es im Grunde genommen viele andere auch wollen, eine einheitliche erwerbstätigen Versicherung. Das muss eingeführt werden. Wir müssen also hier einen Umbruch schaffen, dass alle in die gesetzliche Rente einzahlen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass mehr und höhere Beiträge in der gesetzlichen Rente verbeitragt werden, meine Damen und Herren. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir das Arbeitskräftepotenzial, was wir in Deutschland haben, Frauen, die oftmals nur in Teilzeit arbeiten, Bürgergeldbezieher, möglicherweise auch Ausländerinnen und Ausländer, die hierher kommen und hier arbeiten wollen, dass wir die alle integrieren. Meine Damen und Herren, wenn wir das schaffen würden, dann wäre ein großes Problem möglicherweise gar nicht da, dass wir hier fehlende Beitragszahler haben. Also Herr Dolger, ich kann Ihnen nur noch mal herzlichst, wirklich herzlichst raten, lesen Sie bitte ganz konkrete Gutachten, lesen Sie bitte wirklich Analysen über die Frage, wie man die gesetzliche Rente reformiert. Ihr Rezept, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, ist mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Stein des Weisen. Damit auch aus meiner Sicht völlig untauglich und auch völlig unnötig. Und auch Ihre Ansage, dass die Rente sozusagen vor dem Kollaps steht, ist auch unnötig, denn Sie schüren damit nur Ängste in der Bevölkerung. Näheres zu diesem Thema und zum sogenannten angeblichen Zusammenbruch der gesetzlichen Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel, Sie sehen, ich stehe nicht vor dem Zusammenbruch. Wir sehen, 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 wir sehen Untertitelung des ZDF, 2020